Hallo und herzlich willkommen auf dieser Seite auf ledschert-und-walz.de. Schön, dass Sie hierher gefunden haben. Mein Name ist Joachim Ledschert und ich bin, wie sich unschwer erkennen lässt, einer der beiden. Meine liebe Kollegin Brigitte Walz wird mit mir gemeinsam die Ausbildung zur Heilpraktikerin und zum Heilpraktiker für Psychotherapie am Odenwald-Institut ab September durchführen. Ich vermute mal, Sie haben deshalb auf dieser Seite gefunden, weil Sie sich für die Ausbildung oder generell für eine Prüfungsvorbereitung Heilpraktikerin und Heilpraktiker für Psychotherapie interessieren. Und bevor Sie sich auf dieser Seite informieren, möchte ich Ihnen einige kurze Informationen geben, sozusagen auf einen Blick. Schauen wir mal in diese Richtung und da sehen Sie schon vier Kennzahlen, die für Sie vielleicht wichtig sind. Die Ausbildung wird im Odenwald-Institut stattfinden auf der TROM und die Ausbildung selbst umfasst zwölf Themengebiete. Und mit diesen zwölf Themengebieten haben Sie dann alles, was Sie für die Überprüfung vor Ihrem Gesundheitsamt benötigen, um dann natürlich bestenfalls die Prüfung zu bestehen. Zehn Monate haben wir dazu Zeit und innerhalb dieser zehn Monate werden wir insgesamt uns sechsmal treffen, also sechs Module wird es geben. Und innerhalb dieser sechs Module werden nicht nur diese zwölf Themen durchgenommen, sondern wir haben auch ein Praxismodul für Achtsamkeit oder MBSR und wir haben auch ein Praxismodul für Haltenstherapie. Kurzum, Sie erhalten ein Rundumpaket, das Sie befähigen wird, die Ausbildung bzw. die Überprüfung zum Heilpraktiker für Psychotherapie auch zu bestehen. Und damit sind wir auch beim letzten Punkt auf dieser Liste. 80% bzw. über 80% unserer Schülerinnen und Schüler, die sich für die Überprüfung dann angemeldet haben nach dem Kurs, haben Sie glücklicherweise auch bestanden. Das ist zu einem großen Teil und das will ich nicht verschweigen, ist es natürlich Ihr Verdienst, denn Sie müssen sich natürlich motivieren, Sie müssen zwischen den Modulen entsprechend den Stoff nachholen, auch wenn wir das zu Beginn eines jeden Moduls für den vergangenen Stoff auch immer nochmal machen werden. Aber wir haben uns da was Tolles einfallen lassen. Sie werden zwischen den Modulen in der Freizeit sozusagen einen wöchentlichen Learnletter von uns bekommen und in diesem Learnletter, dort werden Sie immer ganz kleine Happen präsentiert bekommen, die Sie dann für diese Woche nochmal durchlesen, nochmal durcharbeiten können. Und dass Sie das auch gut machen können, stellen wir Ihnen eine komplette Mediathek auf unserem Lernportal zur Verfügung. Und auf dieses Lernportal erhalten Sie natürlich als Schülerinnen und Schüler sofort den Zugriff. Kurzum, Sie werden während dieser zehn Monate nicht vom Thema Heilpraktiker Psychotherapie abkommen. Sie werden diesen Weg gemeinsam mit uns gehen. Vielleicht wollen Sie aber auch jetzt schon mal reinschauen. Was müssen Sie denn überhaupt lernen? Worum geht es denn überhaupt bei dieser Ausbildung Heilpraktiker Psychotherapie? Wenn Sie etwas nach unten schauen, dort können Sie Ihren Namen und eine E-Mail-Adresse eintragen. Sobald Sie das getan haben, werden Sie von uns eine Information bekommen und Sie werden den Download-Link für ein kostenloses Büchlein bekommen, das die Übersicht über die Themengebiete, die Sie erwarten, darstellt. In diesem kleinen Buch finden Sie alles, was Sie wissen müssen, in einer kurzen Zusammenfassung, sodass Sie schon mal vorbereiten können auf den Stoff. Vielleicht fragen Sie sich auch, kann ich Sie und Ihre Kollegin denn etwas näher kennenlernen? Kann ich konkret Fragen zum Stoff stellen? Kann ich Ihren Unterrichtsstil mal ein bisschen mitbekommen? Und die Antwort ist natürlich ja. Sie können das. Am 25. Juni findet im Odenwald-Institut auf der TROM ein Infotag statt. Und wenn Sie etwas weiter nach unten schauen, dort werden Sie direkt auf die Seite des Odenwald-Instituts geleitet. Und am besten sichern Sie sich jetzt schon Ihren Platz, sodass wir uns dann an diesem Infotag sehen. Dort können Sie natürlich alle Fragen stellen, die Sie stellen wollen. Wenn Sie sich für die Ausbildung entscheiden wollen und vielleicht keine Zeit haben für den Infotag, dann bekommen Sie einmal zu diesem Büchlein, das Sie hier etwas weiter unten bestellen können, auch alle weiteren Informationen zugesandt. Außerdem aber, viel wichtiger, finden Sie noch etwas weiter unten auf dieser Seite die Möglichkeit, alle Termine einzusehen und sogar schon die Themen, die zu diesen Terminen durchgenommen werden, sodass Sie sich hier auch schon vorbereiten können. Und dann gibt es natürlich noch die Frage, ist das überhaupt was für mich? Ab wann darf man denn Heilpraktiker oder Heilpraktikerin werden? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen? Auch hierzu finden Sie alle Informationen weiter unten auf der Seite oder auch in der Infobroschüre, die Sie eben hier etwas weiter unten anfordern können. Jetzt will ich Sie auch gar nicht weiter aufhalten, denn die Seite bietet wirklich alles, was Sie wissen müssen. Und sollte Sie irgendetwas nicht bieten, sollten irgendwelche Fragen offen bleiben, dann zögern Sie nicht, rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir sind auf jeden Fall für Sie da und wir beantworten auch gerne Ihre Fragen, sollten Sie noch welche haben. Noch mal ein herzliches Dankeschön, dass Sie so lange ausgeharrt haben. Noch mal ein Dankeschön, wenn Sie sich die Seite etwas genauer anschauen und wir freuen uns von Ihnen zu hören, zu lesen oder natürlich auch am 25. Juni zu sehen. Und dann können Sie sich die Seite etwas machen.